Gangbang von Gefühlen Wir sind gleich da! Ich bin gleich da! Wir sind gleich da! Zeppelots neuester Guilty Pleasure Held scheint ein ganz tiefgründiger Typ zu sein. Ich agiere immer so mit vielen Emotionen, mit viel Energie. Ich habe was gegen Menschen, die Fake sind, die sich für eine Show verstellen, die sich für eine Show verstellen. Ich werde die Show verstellen. Unsere Pina Colada-Piraten liefern sich eine hitzige Schlacht auf offenem Meer. Jetzt f*** Valentina, ihre hässliche Portfolio! Frau Valentina, n****! Nur weiß dich nicht n****! Misch dich nicht ein! Ey, schreib nicht an, du kleine Lure! Ey, wer mich nass macht, kommst du selber n*** auf! Das wird das beste Teil, den ich je gesehen habe. Try and relax your mouth. Try to relax your anus! Wir bräuchten eigentlich nur eine Stimme von der anderen Seite, von deren Boot, dass die dann raus ist. Macht da jemand mit? Also ich will sie nicht raus. Ja, weil klasse du nicht raus willst. Okay, vielleicht nach heute, wer weiß. Aber eigentlich nicht, ja. Warum hat ihr die Beine aber aufgemacht oder was? Ich mag sie, ich kenn sie. Ich mag sie deswegen. Pussyshampoo gut zu sein. Pussyshampoo gut zu sein. Pussyshampoo gut zu sein. Mein Plan war nicht so, mit jemandem rumzumachen. Das war nicht geplant. Dann bin ich ein bisschen kurz bei der Belly reingerutscht. Talk to my ass! Talk to my ass! Talk to my ass! Talk to my ass! Oh, scheiß dein ass! Zum Schluss noch ein kleiner Kuss. Vierer Kuss, okay, ich bin dabei. Ja, das war's. Ey, kotz ab. Okay, gut. Und das ist das war's? Das war's? Das war's eigentlich. Wie das war's? Ja, das war's.